So, meine Dudes, ich muss jetzt zwei Sachen sagen. Erstmal, ich weiß ganz genau, worauf ihr in der letzten zwei Minuten geachtet habt. Ich weiß es ganz genau und ich habe auch lachen müssen, wie die das gemacht haben. Der eine oder andere wird definitiv wissen, worüber ich rede. Das andere ist, ich hoffe, ihr habt mich am Ende noch gehört. Nicht am Ende der Episode, während der Cutscene, da habe ich mal Waffel gehalten, aber davor, als ich den Typen zusammenkaut habe. Weil dann, in der Cutscene ist mir aufgefallen, mein Mikrofon ging aus. Also, ich hoffe, das ging noch, ansonsten shit happens. Und ja, ich, wie gesagt, ich, ne? Got you, boys. I got you. Ich schlag die nicht. Ich schlag die jetzt noch nicht. Ich meine, ich muss die schlagen für die Quest, die versucht ist. Okay, komm, mach mal die Baitscher. Komm her, Baitscher. Oh, schade. Und jetzt der Arsch. Meine, meine Dudes. Was soll ich sagen? She's dead. Lambert told me she was dead, and I take his word over yours. She's alive, Sam, and I know where she is. I've known all along. You're alive. Why should I believe you? Because my people have her. If you help me, you get to see her again. If you don't, it's out of my hands. Yeah, it's out of my hands. Yeah, it's out of my hands. No, it's out of my hands. Do not lie to me about this. I'll kill you. You understand me? I. Will. Kill you. Sam, I've been lying to you about this for years. Chris, küsse ich dich jetzt, oder schlag? Mal schauen, ich denke, es passiert nichts, wenn ich nichts mache. Also, schon interessant und... Okay, sie sagt was. Oh, aber was für ne Schelle. Fotze. Okay. Hehehe, believable foot. Das waren zwei Schellen. Ja, das wird sein. Das wird sein. Good work. Shut up. Hier. Mein Auto ist gerade außerhalb der Sicherheitsgarten. Es ist ein roter T208. Ich habe die GPS-Lokator-Cimps verholt. Und 30 Achtelons' Böden kann es nicht finden. Und diese Schnecke-Camp. Es ist mit diesem FAL. Der Signal ist encryptiert. In case du lange verholtest. Ich kann mit Sarah mit einem Telefon einstellen, um Ihnen zu zeigen, dass sie lebend ist und unvergült. C4 Ich glaube 90% der Spieler hätten jetzt den hier gemacht All I'm gonna say Okay, das ist verrückt, ich dachte er steht auf und macht den hier Oh egal Okay Grimm, ich habe das Paket Good, jetzt hier ist der Plan Sie können nicht auf meine Fahrt mit GPS Aber sie haben einen Schopper auf der Seite Das bedeutet, dass sie nicht brauchen Sie werden mich einfach aus der Straße Wir sind weit genug in die Stücke, dass niemand bemerkt wird Du musst diesen Schopper nicht verhindern Oder du gehst nicht irgendwo Rache das Dann wäre es besser, auf die Detonation C4 on the Chopper Kann ich... Ach man, ich habe die ganze Zeit nur versucht da hin zu gehen Aber das Spiel lockt's mir nicht Da ist doch nicht umsonsten Fenster auf, oder man? Dann Ch** Danke, Will. Was denkst du, dass wir fertig sein werden? So... Das Game, Alter. Es macht einfach nur Spaß. Man, ich weiß nicht. Ich glaub... Von hier ist immer noch mal... ...möglichkeit besser. Ich mag's wirklich, dass in dem Spiel... ...die Präzision besser ist. Oh, naja. Digga, jetzt entspann dich mal. Das macht's schon ein bisschen einfacher, hab ich so das Gefühl. Wuh! Oh, naja. 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 Das hat funktioniert. Okay. Okay. Ich bin schon wieder so ruhig in dem Spiel. Aber es ist halt ein ruhiges Spiel, man. Was soll ich sagen, Jungs, man? Ich bin nicht der heftigste Kommentator, oder? Hey, warte mal. Hey, entspann dich, Alter. Ich bin friendly, danke. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Es ist nur ein Sprat, bro. Ich bin in. Oh, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Copy that. Get there as quick as I can. You're a funny prisoner, Fisher. You're like the rats in the junkyards. Okay, Kraler is here. Shit! Back on the plane, Fisher. Close in and finish it off. Go! Move on now, fuckers! You shouldn't escape the plane. Where the hell did that come from? There's gotta be someone over there. Let's run it. Watch your angle. Go! Jungs, eh, I'm still struggling. That shit don't fly with me, asshole. Come on out! I thought I wanted to shoot the motor. Get in, potato. Get in, potato. Okay, I'm gonna execute. That doesn't work. The other Wichser covered him. I think I have my ability to do it. I want to see if I can do it in there. Yeah, safe can I do it in there. There is one. I'll walk from here and see what I can find. Come on, man. This shit is embarrassing. I'll keep watching. Show yourself! I'll stay here and keep an eye out. I'll stand guard here. You guys keep looking. Did you see that? How the hell did he get past? Everybody stay sharp. Quit hiding, you little punk. I don't have time to let us keep your eyes open. As he comes this way, I'll keep an eye out from here. I think there is definitely a way to get in there. I don't have it. I'll keep going. I'll keep going. I'll keep going. No, no, no. I'll keep going. I'll keep going. Get the backup generator run. Move it! What's my mission? Let's go. I'll keep going. Nice job. Now, my car is parked just outside the gate off the main lot. But as things stand, you won't get far. What haven't you told me? There's a satellite dish on site with an uplink to a private spy bird. Use some C4 to take it out. I thought your car was clean. It is. But if they get a visual lock on you from the side it won't have. Why don't you go see if there's anything else you forgot to mention? We need some lights on the helicopter. Maybe some emergency lights. Come on, chicken jet. Shut the ball. I know you're here somewhere. Come on out. It's a private airfield. So let's go, and out. It's a private airfield. I know you're here, and there's a private airfield. It's pretty much. I think I have a little의 bock to play with it. So let's go, I have a little of the airfield. I just need to play with it. Das war's für heute. Bruder, in den LKW-Banken ist unfair. Der hätte ich auch exekuten können, wenn ich eigentlich bin. Ich meine, in dem Game hat man wenigstens die Chance, sich auch mal durchzuballern, wenn man Bock hat. Das war eine EMP-Granate. Die ist auf 11. Der ist eine Sprecherin in der Bühne. Er ist ein Sprecherin in der Bühne. Er ist zu sein, dass es auch gefährlich ist. Bevor die Sicherheit. Ihr seid bereit, um die Kräuter zu benutzen. Ihr seid bereit, um die Kräuter zu benutzen. Der ist ein Sprecherin im Raum. Der ist ein Sprecherin im Raum. Was ist das? Oh Mann, ich kann es nicht mehr. Der ist noch nicht mehr auf dem Weg. Repeat, the prisoner is still at-large. Warning, the prisoner has had extensive combat training. He is armed and extremely dangerous. I promise you. Oh, hell. The lady wasn't nice to you, Fisher! Let's see what we can do! I'm gonna find whoever did this, man. I promise you. Chew. Chief, get off him, bro. We got a man down! Fisher killed him! Sam, bad news. Sarah's fine, but I have to push back the call, I promised you. Stop playing games and don't call me again unless you've got my daughter on the line. You're not gonna態 it was too, no, no. I lied, I lied. I'm going to push the bullet. The問題 is not a public air issue. Don't give up at all the range. Don't give up at all, I'll pick up at all the damage. I love at all. Oh, hell, we got him on the floor. What are you doing? Ich spiel das wie so ein Knecht, alter. Take this! No, you're not, asshole, here I come! Come on, show me what you got! Come on out, asshole, you're just making it worse for yourself! Oh no, don't touch this way, I'm going in there! You think I'm going? You think I'm going? You think I'm going? You're out of my mind! You think I'm going? You're out of my mind! Kill your butt! Come on! That could have gotten some money. Joel! Spiel, man. It's definitely dangerous somehow. See you next! Paladin 9 Security, Victor Costa speaking. Vic, it's Sam. I'm in town and could use a little help. If you're asking for help, we better do this face to face. And what the hell's going on back there? I thought you'd recognize the sound. Remind you of anything? Yeah. I'm Frank. Yo Sam, how's your little girl? She's doing fine. I got a picture from her in the mail. I think her mom helped her draw. Nice. My kids don't draw me pictures or write or anything. They don't write because you can't read, man. Pop it up. But when I get out of here... Hey, you're going to kindergarten. You know, I hear they got entrance exams at kindergarten now, Sam. I don't know if Vic's going to make it in. Look out! Everybody down! Look out! Don't move! Sam trusted me. Because of what we'd been through together in the Gulf. That's why you called me after Third Echelon did their little number on him. He needed someone to watch his back. I was the only one who could.